Guten Tag und Willkommen zur Hotline wiespieleichcool.de Oh Gott, bei mir geht's ordentlich ab hier. Ja, SP. Noch jemand lang. Hilfe. Hi. Alter, was ist mit ihm? Later, alter. Later. I'm an ass. Later. Later. Alter. Oh. In deiner Smoke. Ist weg. Ist weg. Later. Den, äh, gegen drehen. Ja gut, Bann, ja, hast du recht. Man könnte natürlich. Und beim, beim, und sagen, bitte keine Eigenwerbung, wenn es dann nochmal passiert, dann direkt ein Bann. Ja. Wenn ihr gehackt wurdet, kann das sein, dass mein Hack, den ich, dass mein Hack, meinen Trade, den ich euch schicke, kompromise. Oh nein. Nice. Later, alter. Later, alter. Ich hab nur richtig Waffe gegenseitig selbst. Oh, later. Ja, was ist weg, ist weg. Hinter uns. Oh. Aha. Wingardium Leviosa. Stop it, run, stop. Ha. Larry. Hallo. Sir. Warum rennen sie davon? Oh. Oh. No. No. Er merkt es nicht. Was? Einer ist noch. Sag mal. Und so mancher besser geht, wenn die Birne komplett hohl ist. So, gerade so viel, dass man nicht einkackt und laufen kann. Auch wenn man, wenn manche Proste reden. Alter. So, wenn man. Da ist die Bombe. Hier, hier, hier sind alle. Later. Later. Ist weg. Later. Later. Passt wunderbar. Ja, ich bin jetzt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. No, no, nix gut sein. What? Schlesel, insane. Oh, shit. Oh, shit. Schlesel. Schlesel. Lass den Papi noch spielen. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Ich hab den beworben gekillt. Klipp. Klipp. Klipp des. Yo. Alter. Alter, was war des? Er hat doch gar... Oh, er hat doch gar nicht das... Mitte. Nice. Wieder zurück. Wo denn? Mitte. Mitte ist W.O. กl. Mitte. Later. und gute gute nacht und ich hoffe dass du morgen den besten tag des lebens hast du machst auf und du hast einfach und zack du denkst ja wow ihr kennt meine absolut krassen legal klicks 32 pc 10 direkt oben drin der käse ich meine reis das ist meine flash kann man wenn ich hier in flash wie ist es mit der eigenen medizin hallo what what the freak boys what the freak sanse halt mich fest ist dein lieblingskinder oder hat grafiti gut dann starten wir mal mit mirage inferno das zwei und das war's wir blenden das da oben einfach mal aus alles gut leute der trust ist vollkommen cool denn der hähnchen brustlauch ich muss echt meine dabei habe ich eigentlich gar keine ich habe jetzt nicht zeigen heute aber ich habe jetzt eigentlich keine hähnchenbrust oder so adrian i got a boy got him just run run dude allah later it's your boy legendary foil aber fakt ist hentai girl fantasy ist einfach das beste spiel ja brittini ist es wirklich das beste spiel auf jeden fall also bei hentai girl fantasy ist einfach das beste spiel hier sehe ich mich jeden Tag. Auf jeden Fall. Da kann ich gar nicht aufhören zu spielen. Oh, booh! Larry! Ich zieh immer. Das sieht man ja auch, wenn ich trinke. Nein! Kannst du mal schnurren wie eine Katze? Brrrr oder so. Brrrr, ich weiß nicht wie kannst du schnurren. Klicke, um ungelesene Benachrichtigungen zu lesen. Ich drücke drauf und dann steht da, sie haben keine Benachrichtigungen. Hä? 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 Leck! Ey! 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 Gepennt. Wow! Alter, ich hatte Leck bis eben, Jungs! Scheiße! Fuck! Nein! Bei mir stand das Spiel, Alter! Das war scheiße! Das wär doch ein Easy- Easy-Kili-Gerä. Fuck meine Maus! Wääh! 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 Nein! Nein! Wääh! Wääh! Ich mach jetzt mal das Niesen nach. Okay. Nein! Wo ist der Links-Rechts? Rechts-Rechts. Rechts-Close. Guck da. Free Fire. Free. Serge. Was? Ich saß jetzt im Entzut! Guck! 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 Ja, ich! Ah, ja! Was? Ich hab auch noch ne Pistole gehabt. Hallo? Komm mal her. Stell dich mal hier hin. Guck, das ist insane. Jetzt dreh dich um. Oha! Und jetzt lösch dich. Kannst du bitte mal Miau schreien? Schreien! Ich mach's erstmal so normal. Miau! 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 Sag mal, Diesel, wo warst du? Warum gehst du einfach weg? Was ist denn er? Wo ist er hin? Wo ist er da hingang, da? Hier ist ihn. Waaaaaa! Das sage ich nicht, ich sage nur, dass das normalerweise die Zeiträume sind, in denen Leute, wenn sie nervig sind, nervig sind. Ja. This is Big Brain Time. Achtung. Warte, ich versuche das Geräusch mit dem Finger. Und haben uns die Süßlis, wir haben die Süßlis halt immer genannt, da reingesteckt. Und irgendwann hat meine Freundin, äh, hat meine Schwester gemeint. Auch mal bekannt? Alter! Ich habe ihn nicht gekriegt. Ist aufgedeckt. Nein! Ist schwer! Lady! Die wir zusammen zerstören, wir gemeinsam gegen die Fremde. Warte, ich bin mit 5 in die Grundschule gekommen, weil ich halt sonst noch ein Jahr hätte warten müssen. Bis ich dann 6 bin. Halt doch die Welt! Alien mag riesenfette, dicke Fette. Fallout of Cocktail. Achso! Alter, was lieb... Wow! Was? Was? Ich liebe den Geschmack, den Anus, den Geschmack. Leute, ich bin... Ich bin besonders. Hier, der... Ja, der Bot. Dark Souls is low. Das geht einfach nicht. Also, Larry, Sneasel, Yakuza, wer ist doch drüben? Ja, das war's. Nimm's schnell, nimm's schnell! Bullock, nimm's raus! Bitteschön. Wenn da einer aufpassen und Blau guckt bei... Genau, bei B. Ah, Blau, du kannst auch, wenn du willst, zurückkommen über die. Wir gehen dann gemeinsam gleich... Entschuldigung. Hast du gerade mit mir gesprochen, Alter? Nein, ich hab mit mir gesprochen. Ich glaube, du bist aber jetzt nicht mehr dabei, Monsieur. So, erst mal... Namen merken, für immer ausschließen, Dankeschön. Und gerne auch dann aus dem Stream-Bahn. Das war Big Oof. Weißt du, das kleine Kind kommt an, long ist einer und meint, es muss hier rumpimmeln. Alter, was geht los? Ich bin komplett neben der Spur. Gamehack stinkt, das ist halt so eine Seite, wo ich bin da, wo man sich Punkte verdienen kann, wenn man so dumme Aufgaben macht. Dragon Love, ach so, ja. Red Bull, ich drehe. Komplett. Durch. Und... Weiß gar nicht mehr genau, woran, was los war. Ich hab mir irgendwie einfach selbst voll die Nüsse geboxt. So voll. Nö, nö, gucke, du... Sack. Hallo, Sneusel. Ach, Gretl, du bist... Oh, shit. Lord Vader ist in der Nähe. Und er stinkt. Mhm. Pass auf. Pass auf, Sandse. Pass mal auf, ich dir jetzt den Klatsch des Todes hole. 3, 2... Ich meine, die Runde des Todes. In der Mitte ist was, glaube ich. Hast du gesehen? Sack, bumm. Dabei sei, nochmal frei sein. Wer hat nochmal, wer will noch nicht? Gut, dann können wir heute kein Teamtraining machen, Sneusel. Was sagst du dazu? Ey! Bleib mal. Ja, bitte. Weißt du, sonst wird es geklebt, dann heißt es... Oh, da babbler wir alles in den... Lach. Genau, na. Ah! Wie? Weißt du, ich gucke, Cora, der hat die Arme so oben und freut sich voll auf meinen weichen Kopf. Oh, nein! Scheiße! Wenn er jetzt anfängt, sich zu drehen, kotzig. No homo! Ja, du machst den, du machst den, du machst den. Der hat noch 20 HP. Da ist der Nate übrigens, den kannst du schmeißen. Ja, den schaffst du locker. Ja, guck mal, nehm die MP, nehm die MP. Der hat 20 HP left, überfah ihn einfach. Was, echt? Schade, man. Knappes Ding. Echt knappes Ding. Ja, guck mal, nehm dieMP. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020